Das Wochenende steht vor der Tür und wir wollen als Familie unbedingt raus und deswegen plane ich heute mit euch unsere nächste Wanderung fürs Wochenende. Für unsere Planung ist es wichtig, dass wir einfach das Können einschätzen. Überschätzt euch am Anfang nicht, reichern kann man sich immer. Dafür gibt es genügend Touren im Buch. Jetzt geht es an den Rucksack packen. Was man nicht vergessen darf, sind gerade für die kleinen Kinder einfach einen Satz frische Klamotten. Und was wir auch immer ganz, ganz speziell brauchen, sind die Wegzehrung. Das heißt, wenn es mal nicht mehr weitergeht, muss man Energie tanken. Und gerade für den Winter haben wir dann auch immer einen Tee dabei und was uns immer das Leben rettet oder den Kindern eher, sind diese Wärmepacks. Wir haben eine Tour ausgesucht, die für uns als Familie total gut passt. Das ist die Kala Alm. Die ist auch für die Kleine gut machbar.